Oh mein Gott, wie ist das denn bitte verpackt? So, damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und einem weiteren Kanalplanungs-Unboxing-Video am... Ich weiß gar nicht, wann ich das heute hochlade. Und wir haben hier wieder einmal einiges auf dem Tisch und darunter auch wirklich interessante, sehr, sehr spannende Sachen, die euch in nächster Zeit auf dem Kanal erwarten werden. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann sehen wir uns nach dem Intro. Bis gleich! Ich würde sagen, wir fangen einfach mal Schritt für Schritt an und starten hier mit dem Paket. Dieses Paket beinhaltet, ja, wohl einer der krassesten Produkte in Sachen Wasserkühlung. Ups! Ja, ich meine das jetzt gar nicht als Witz. Es ist nämlich der Alphacool Nexus X-T45 und zwar die Supernova-Variante. Ja, was das bedeutet, ja, das ist ein 1080 Millimeter Radiator. Ja, 1080 Millimeter. Das heißt, wir haben hier die Radiatorfläche von drei 360 Millimeter Radiatoren. Um das Ganze in Relation zu setzen, das hier ist die Verpackung von meinem sehr, sehr dicken, sehr, sehr großen 360 Millimeter Radiator. So, und dieser Radi passt hier ganze dreimal rein. Ja, sind beide gleich dick, also 4,5 Zentimeter, ein richtiger Brecher. Ja, und jetzt denkt ihr euch, hey, du hast gerade erst hier mehr oder weniger Project Dark Colossus soweit zurecht geplant und ja, den Radiator gerade erst mal eingebaut. Ja, warum dann das Teil? So, und es hat tatsächlich damit zu tun, ja, mit dem Projekt, aber ihr werdet dieses Monster zu einem späteren Zeitpunkt sehen. Nichtsdestotrotz wollte ich es euch wissen lassen, dass das Gecko 5, das Gecko V, mein Gehäuse, das ich in Kooperation mit Gecko ITX gebaut habe. Es ist ein Full-Size-ATX-Gehäuse mit einem sehr kompakten Formfaktor von unter 23 Litern, vertikaler GPU und eben der Montagemöglichkeit von einem 360 Millimeter Radiator. Ja, das Ding passt dort ohne weiteres rein. Ja, Leute, aber wie es der Zufall will, ist das Gehäuse auch genauso groß wie ein 1080 Millimeter Radiator. Also das Ganze ähnelt schon fast einem Wärmetauscher eines Autos. Also ist einfach krass, wir schauen uns das Teil mal ganz kurz an und holy smokes. Also ganz ehrlich, ich hatte schon so lange Bock, so ein Ding mal zu haben und ich war wirklich verwundert, wie günstig das Ding ist. Ja, jetzt kein Witz, jetzt denkt ihr euch, ey, sponsort, bestimmt alles bezahlt, ne? Aber nein, kein Witz, dieser 1080 Millimeter Radiator, gleich dick, also es ist ein XT45, kostet gar nicht mal so viel mehr als mein normaler 360er. Ja, man hätte annehmen können, das Ding kostet 70 bis 80 Euro, dann kostet das Ding fast 200 Euro, ne? Ne, dem ist nicht so. Der Supernova von Alphacool hat mich gerade mal etwa 110 Euro gekostet, also wirklich nicht viel mehr. Und nichtsdestotrotz ist das Ding einfach nur pervers. Ja, ihr seht, wir haben hier eine Montageblende für insgesamt neun Lüfter, die ihr hier drauf verbauen könnt. Und das Ding wiegt echt enorm viel, also ich glaube fast 3,5 Kilo oder so. Die Rückseite entsprechend ein einziges gigantisches Monster, ja? So, und nichtsdestotrotz Vollkupfer und ja, dieses Teil lässt sich auf der Rückseite des Gecko 5 montieren. Und ich habe in Kooperation mit PAYO jetzt weiter an dem Gehäuse gearbeitet und PAYO wird kostenlos zu dem Gehäuse einen Montagerahmen anbieten, den ich euch auch vorstellen werde, wir werden entsprechend testen, ja? 360 mm gegen das Dreifache an Radiatorleistung vergleichen und vor allem will ich wissen, wie das Ding passiv läuft, ja? Wir wollen das Ganze komplett ohne Lüfter betreiben und damit meine GPU und CPU kühlen. Ich bin enorm gespannt drauf, also was sich hier sozusagen mitmachen lässt. Ähm, es ist auf jeden Fall ein ziemlich perverses Teil und ich habe einfach Bock drauf, ja? Ähm, ist natürlich Alphacool typisch richtig gut verarbeitet, ähm, kann man nichts gegen sagen. Wir haben hier auf der Unterseite entsprechend einen In- und Outlet und einmal einen Port zum Be- und Entfüllen. Also wirklich komfortabel gelöst. Also es gibt, glaube ich, kein offizielles Gehäuse, das das Teil im Inneren verbauen kann. Und entsprechend bietet Alphacool, ähm, auch einen Standfuß, beziehungsweise ein eigenes Gehäuse für dieses Teil an, dass man das Ganze neben seinen Rechner oder unter den Schreibtisch hinstellen kann, ja? Aber wir wollen das Ganze am Gecko-V in Project Dark Colossus und jetzt ergibt der Name hoffentlich für euch mehr Sinn, ja? Das Ding wird nämlich ein Koloss von Wasserkühlung, ja? Also einfach nur brutal, ja? Brutal, sage ich euch, brutal. So, also, der Alphacool Nexos X-T45 als 1080 mm Supernova Edition demnächst auf dem Kanal, ja? Wird einfach nur mega spannend und ich habe da hier in der Relation auch das andere Paket bestellt, ja? Ja, ähm, und zwar, ja, zwei Kleinigkeiten, die ich für dieses Projekt brauche. Zack! Und zwar ist das hier so eine PCIe-Slot-Durchführung, ja? Ja, das heißt, wir haben hier ganz normal dort, wo die Grafikkarte reingesteckt wird, die Möglichkeit, eine Durchführung vom Inneren des Gehäuses nach außen hin durchzuführen, ja? Also wir haben für die Wasserkühlung sozusagen zwei Montagepunkte hier und zwei Montagepunkte hier und können die Waterloop aus dem Gehäuse rausführen. Dafür ist das Ganze gedacht, aber wie bereits gesagt, die Geschichte mit dem Supernova kommt zu einem Spätrennzeitpunkt, aber ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt, es wird dieses Jahr noch richtig, richtig spannend, was dieses Projekt angeht. Und das nächste Projekt, was ansteht, ist dieses hier, ja? Und zwar hat Cooler Master das NR200P entsprechend neu aufgelegt, beziehungsweise in unterschiedlichsten Farben neu erstrahlen lassen, ja? Und darunter hier an der Stelle das Gehäuse in Orange, schauen wir uns einmal ganz kurz an. Und im selben Zug haben wir auch hier in der Master Series für das NR200 entsprechend eine ATX-Blende. Also wir können in dem Gehäuse jetzt erstmalig auch ATX-Netzteile unterbringen, das ist mega cool. Vorher war das Ganze auf SFX-Netzteile limitiert. Also wenn ihr richtig ans Limit gehen wollt, ja, dann könnt ihr das jetzt machen. Finde ich mega gut, dass das Ganze jetzt die Möglichkeit bietet. Und ja, das Paket hier, ja, da wird sich jemand meiner Freunde sehr drüber freuen. Und zwar ist das hier eine RTX 3060 Ti von Inno3D entsprechend eine Karte, die ich vor, lasst mich nicht lügen, zwei, drei Monaten bestellt habe für einen Preis von 469 Euro oder so, also unter 500 Euro. Ja, und es ist eine 3060 Ti, ja? Keine 3060, 3060 Ti und endlich ist die Bestellung durchgekommen. Man muss einfach nur ein bisschen Geduld haben und ein bisschen Glück. So, und ich habe die Karte damals nicht für mich bestellt, sondern entsprechend für Max. Ist einfach einer meiner besten Freunde und entsprechend hatte ich für ihn die Augen offen gehalten. Die 3060 Ti hier an der Stelle, ja, denke ich für dieses Jahr zu dem Preis ein No-Brainer. Er hat eine GTX 1060 und die wollten wir upgraden. Er meinte, hey, wenn du irgendwas siehst, ja, was sich lohnt, sag mir Bescheid und dann werden wir das Ganze durchziehen. Und im selben Zug, ja, wie dieses Projekt mit der 3060 Ti, ja, hat er mich gefragt, hey, hast du nicht auch ein Gehäuse da? Ich habe irgendwie das Gefühl, mein jetziges, ja, das taugt nicht mehr ganz und wird relativ heiß. Ja, er hatte das Fractal Note 202, also ein sehr, sehr kompaktes ITX-Gehäuse. Und entsprechend meinte ich zu ihm, hey, weißt du was, Cooler Master hat was Schickes rausgebracht. Und zwar das NR200P. Was hältst du davon, wenn wir dein jetziges System in dieses Gehäuse umziehen lassen? Und dann hat er die Farbe in Orange gesehen und ist einfach hin und weg gewesen. Und ich würde sagen, zu guter Letzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Wie bereits gesagt, es gibt einen Haufen neuer Farben von Lila, Türkis, Weiß, Schwarz bis zu Orange. Ja, und rosa sind alle Farben mit abgedeckt. Und dieses hier, ja, das fand er am geilsten. Und entsprechend, ja, schauen wir uns das doch ganz kurz mal an. Es ist bestimmt inzwischen fast vier Jahre her, dass ich ihn sein System gebaut hatte. Dazu gibt es übrigens auch einen Bildlog. Könnt ihr euch gerne anschauen, ja. Er war tatsächlich einer der ersten PCs, ja, die ich so auf dem Kanal zusammengebaut hatte. Also ist schon sehr, sehr alt, das Video. Und, oh mein Gott, das sieht ja richtig fresh aus. Hier ist nämlich das Tempered Glas einzeln eingepackt. Ja, ich habe das NR200P bereits für euch vorgestellt. Aber ich finde es ganz cool, dass es erstens mit einem Airflow Panel kommt. Und zweitens, dass Tempered Glas dann halt hier schön separat abgepackt ist. Also es ist einfach ein richtig geiles Gehäuse, was Cooler Master da sich ausgedacht hat. Also nicht ohne Grund einer der beliebtesten ITX-Gehäuse des Jahres. Dann schauen wir uns das doch mal an. Boah, das ist ja fast schon eine Linus Tech Tips Edition. Boah, das hat sogar schwarze Akzente. First Preview von dem NR200P in orange. Und ey, das sieht richtig nice aus, muss ich ehrlich zugeben. Ultrafresh hier mit dem schwarzen Filter auch einfach richtig schöner Kontrast, auch mit schwarzen Füßen. Innen liegende schwarze Filter, oben schwarzer Filter. Ja, mit diesen schwarzen Akzenten und diesem richtig knalligen Neon Orange. Ja, und dem schwarzen Logo hier von Cooler Master sieht das echt mega nice aus. So, wenn wir schon das Gehäuse hier stehen haben, können wir ja auch einen Blick auf die Grafikkarte werfen. Ja, muss sich ja gelohnt haben, wenn ihr hier zum Unboxing-Video gekommen seid. Wie bereits gesagt, das ist die Inno 3D RTX 3060 Ti Twin X2 als LHR Edition, also Low Hash Rate. Ja, aber da Max weder Mining begeistert ist, noch mehr als 500 Euro ausgeben wollte für die Karte. Ja, ist das Ganze einfach nur ein Top-Deal gewesen. So. Boah. Okay. Also wir haben zwei Lüfter, ja, deswegen 2X. Und die sehen auch relativ offen, schön aus. Und hier die eigentliche Karte. Ja, und, äh, ja, was ich hier sehe, ist eine potenzielle ITX-Karte, ja. Denn es ist eine 3060 Ti, aber die eigentliche PCB geht nur bis hier, ja. Wir haben hier nämlich ein komplettes Pass-Through-Design mit Metall-Backplate. Also es sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ähm, ja, der Lüfter kann ich hier komplett durchpusten und dürfte entsprechend für sehr gute Temperaturen sorgen. Ähm, ja. Hätte aber auch von der PCB eine kleine ITX-Karte sein können. So, hier ansonsten, äh, ja. Zweimal HDMI, zweimal Display-Port. Und, äh, ja, einfach ein schönes Design von der Karte her. Und ich denke, die wird sich ganz wunderbar hier in dem Gehäuse machen. Ich werde ihn mal fragen, ob er dort Tempered-Glas reinhaben will oder ob wir nicht einfach das schöne orangene Seitenfenster mit vertikaler GPU-Montage hier zum Einsatz bringen werden. Und, äh, dann das Pass-Through-Design hier von der Seite richtig schön die Luft einziehen lassen können. Ähm, ja, das ist soweit der Plan. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, entsprechend einen kleinen Bild-Log zu sehen. Ja, Freunde, zu guter Letzt hat es mit etwas Verspätung doch noch ein Paket mit in das Unboxing-Video heute reingeschafft. Das ist gerade frisch aus Barcelona eingetrudelt. Und, äh, entsprechend dachte ich mir, dass ich wenigstens das noch einmal mit reinnehme. Dann haben wir nächste Woche wenigstens ein bisschen weniger zu tun. Und ich würde sagen, ja, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. So, und, ähm, ja. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Prozessor noch einmal bestellen würde, denn... Oh mein Gott, wie ist das denn bitte verpackt? Okay, ähm, ja, gönnt euch das mal. Ja, ich habe einen Ryzen 3600 bestellt. Und zwar ist der derzeit überall ausverkauft, ja. Der Ryzen 5600X, entsprechend der neue Zen 3, geht immer weiter runter mit dem Preis. Ist inzwischen immer mal wieder für 230, 240, 250 Euro erhältlich. Ähm, und der Ryzen 3600, ja, der zeitweise unter 150 Euro im Handel erhältlich war, meine Budget-Preis-Leistungsempfehlung innerhalb der letzten Monate schlechthin gewesen. Auch die CPU, die ich lange Zeit lang selbst benutzt habe, die ist inzwischen fast überall ausverkauft. Und entsprechend sind die Preise auf 200 Euro aufwärts hochgegangen. Also, ähm, teilweise war der Preis sogar schon auf Augenhöhe mit dem 5600X komplett absurd. Und entsprechend habe ich bei diesem Angebot hier, ähm, ja, zuschlagen müssen. Für 135 Euro war das Ding ausgeschrieben mit Zustand sehr gut. Es war nicht die Rede von dem Boxkühler, also da bin ich schon mal relativ, äh, angetan, dass der hier mit im Paket beigelegt wurde. Ja, sogar relativ gut und gründlich gereinigt. Sieht jetzt nicht aus, als ob er lange in Betrieb war. Können wir aber auch gleich einmal abchecken, was die Batch-Nummer von dem Prozessor angeht. Also, wann der Ryzen 3600 hier gefertigt wurde. Ja, und vor allem, wie das Ding hier, äh, verschickt wurde. Schaut euch das mal an. Wir haben hier irgendwie so 3D-gedruckte Trays, die mit Tesafilm zusammenfixiert wurden. Also, naja, hoffen wir, dass das Teil in astreinem Zustand ist. Also, sehr gut ist, sehr optimistisch. Da bin ich gespannt drauf, ob der Verkäufer hier Wort behalten hat. Und, ja, der Moment der Wahrheit. Okay, sieht schon mal aus wie ein Ryzen 3600. Ja, da haben wir ihn, Ryzen 3600. Und das Spannende ist, die Batch-Nummer, ja, 2110 PGS. Und damit ist das Teil, ähm, top aktuell. Was wichtig ist, ist, dass sämtliche Pins intakt sind und nicht verbogen. So, und das schaut relativ gut aus. Also, es scheint so, dass wir zu Zeiten der Ryzen 3000er-Knappheit einen richtigen Schnapper gemacht haben. Ich werde ganz kurz das Board rausholen, auf dem ich das verbauen werde. Ja, denn ich habe diesen Chip hier für mein eigenes System besorgt, mein Zweitsystem. Ja, der Ryzen 5600X bleibt, solange die Ryzen 6000er noch nicht draußen sind, entsprechend in meinem Main-System. Und, ähm, ja, ich habe mich dazu entschlossen, den Ryzen 3600 in mein Zweitsystem zu verbauen. Nicht den 5600X. Den legen wir mal hier ganz kurz zur Seite. Ähm, wieso? Ja, ganz einfach. Ich werde lediglich die RTX 3060, ja, habe ich in dem letzten Unboxing-Video gezeigt, die Aero ITX. Die werde ich verwenden und, ähm, ich habe bereits einen Bottleneck-Test gemacht. Vielleicht ist der sogar schon vor diesem Video hier online. Äh, wenn ja, dann verlinke ich das Ganze. Auf jeden Fall, ähm, ist selbst in 1080p und WQHD ein Ryzen 3600 gegenüber dem 5600X mit einer RTX 3060. Steht dem Ganzen im Nichts nach, ja. Ja, so, und jetzt kommt der große CPU-Pin-Test, ja. Wir werden das Ganze mit, äh, dem Dreieck, so, kleines goldenes Dreieck hier, hier entsprechend die Kante, ähm, einfach mal drauflegen und schauen, ob die CPU sozusagen ohne Kraft in den Sockel fällt. So, das sieht gut aus, alle Ecken liegen auf. So. Wunderbar. Ja, der Ryzen 3600 scheint zu passen, alle Pins scheinen intakt zu sein und damit haben wir einen echt guten Deal gemacht. Bis dahin, ja, danke ich euch erstmal fürs Einschalten und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal Gaming Fitness, let's you see on GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal Gaming Fitness. 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 Bis zum nächsten Mal.